passt so ich glaube ich weiß schon was mit dem Endfisch machen da kommen wir nämlich da hinein oh man das gibt es ja nicht muss ich nochmal aufpassen rein da wo die das zieht sich wieder mal in die Länge so wo die Fischlein geht gut das war mal wieder eine vorbereitung dann springen wir wieder da hinein und warten bis dass die Mutter schläft jetzt sind wir eigentlich schon abgeschlossen aber ich will euch natürlich alles zeigen das ist doch klar es gibt noch zwei Dinge zu erledigen ich muss aber erst warten oh man das ist ja ach ja warten warten ist immer schön und das war gerade mein Timer naja Zeit wäre schon abgelaufen aber was sowieso die Doppelfolge ist ist ja auch noch egal so ah wir können ja schon runter da wird doch jetzt ernsthaft Olga beim Duschen zuschauen das ist ja ein Ferkel so ein Ferkel nein jetzt kommt der wo die schnell machen bitte das war so knapp oh man oh man oh man oh man oh man oh man hey aber wie soll ich da jetzt bitte vorbeischauen das dauert ja so lange das dauert ja so lange jetzt brauche ich für das Level schon 9 Minuten das ist ja der pure Wahnsinn oh man alte Brauch da kriegt mir das Grausen wenn ihr das seht wie die da vorbeigeht wie die da vorbeigeht oh man na endlich geht er da rüber jetzt schau der Olga wieder zu wie sie duschen will dein lieber Mann das macht man doch nicht gut guckst du rein da wie die Dusche gucki 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 du siehst sowieso nichts Herr Nachbar so zack jetzt holen wir uns das Tuch hier den Pfich legen wir ja da drauf und mit dem Tuch putzen wir die Scheibe Damit der Vogel dagegen fliegt, wenn er wiederkommt, jetzt heißt es noch warten, jetzt gehen wir wieder runter und gehen wieder rauf, denn jetzt können wir uns einen Schlüssel schnappen und den Rest des Streiches erledigen, denn mit dem Schlüssel können wir hier die Tür aufsperren, dann gehen wir da rein, geben ihm die Schlaftabletten, jetzt aber, oh mann, dann gehen wir aber lieber noch mal sicherheitshalber da hinein, weil wenn der Nachbar dann da ist, dann haben wir ein Problem, geh lieber auf Nummer sicher, weil ich sowieso nur noch ein Leben habe und will das selber nicht noch mal machen. Gut. Mann, was brauchst du so lange? Hallo? Nicht so lange, gebrauchen. So. Aber jetzt. Dann kommt da glaube ich noch eine kleine Sequenz. Jetzt haben wir die Halterung weg. Ja, und jetzt genießen wir zum Abschluss des Let's Plays. Und ja, ich kann mich dann jetzt auch schon ein paar bedanken, bis das ja alle da wieder nach oben geht und sagen, danke schön fürs Zusehen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin leider nicht mehr der erste Let's Player, der das Spiel fertig gespielt hat. Denn es zieht sich ja schon seit September und ja, ich weiß, es hat ziemlich lange gebraucht, weil er eben im Aufnehmen und so mehr auf Final Fantasy fokussiert war. Und ja, jetzt genießen wir erstmals den letzten Streich. Und Woody mit Woody und die letzte Zwischensequenz in diesem Spiel. Oh ja, das Schiff geht nicht unter. Ja. Ja, ist klar. Ist klar. Ich hoffe, Woody ist auch dabei auf den Leitungsbutten. Die alte Wundersin. Aber die hängt da hinten dran. Das ist cool. Oh Mann. Ja, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Und ja, jetzt kommt hier nochmal der Abspann. Wo wir, glaube ich, noch alle Level sehen oder so irgendwie. Und ja, danke fürs Zusehen. Noch einmal. Ich hoffe, es hat euch glücklich gefallen. Und schaltet auch bei Final Fantasy sein. Da wird es auch schon langsam wieder ernst. Kampf gegen Kuja. Oder Kuja ist versteckt, müssen wir suchen. Und ja, oder haben wir vielleicht schon gefunden. Ich weiß jetzt nicht, wann ich das Video hochlade. Und ja. So Leute. Und ja, jetzt kann ich noch kleine Anklänge machen. Mein neues Lebenprojekt wird Super Mario Land 2 sein. Und wieso hat das jetzt einen Hänger? Oh Mann. Scheiße. Naja, Leute. Super Mario Land 2, genau. Und wieso das ist, dass jetzt P so lange in die Länge gezogen hat? Boah, weil ich einfach zu lange gebraucht habe. Das heißt, weil ich zu lange, weil ich einfach mehr fokussiert auf einem Fantasy war. Und mit dem Aufnehmen zu wenig Zeit hatte. Und ja. Leute. Ich würde sagen, ich mache jetzt einen Cut. Und wir sehen uns dann bei Final Fantasy 9 wieder. Oder bei Super Mario Land 2. Oder einen kleinen Special V-Log, den ich die Tage noch bringen werde. Und ja. Leute. Ich würde sagen, bis dann. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.